Was? Wir können doch der Oma Grete ein Streif spielen mit dem Schul-Skelett. Genau, das wird wirklich witzig. Wir werden die Oma Grete richtig erschrecken. Du stellst dich in das Skelett, Timmy. Ich filme es mit meiner Kamera. Oh, gute Idee. Das ist echt toll. Das wird ein Spaß. Oh, mei. Stell dir vor, heute habe ich meinen neuen Brüll geholt beim Optiker, aber ich weiß nicht. Also dir gefällt mir noch gar nicht. Ich sehe einfach nicht so gut damit. Ach Oma, da gewöhnst du dich schon noch dran. Neue Brüllen sind manchmal ein bisschen schwierig. Aber da gewöhnst du dich bestimmt dran. Ah, wenn ihr meint, Mädchen. Ja, was ist jetzt das? Ja, was ist auch das für ein Lurmgewehr gerade? Ja, sag mal. Ich bin Herr Krippe. Jesus, neu. Ja, wer bist auch du? Ja, sag mal. Die kennen ja gar nicht. Ich habe eine neue Brille und das ist noch nicht so gut. Ja, was du kannst. Ja, kannst du, Scher-Sänger. Ja, sag mal. Ja, äh, du bist ja so dürr. Bist du krank, wer? Ja, wie heißt denn du? Ich heiße Herr Krippe. Wie? Du hast eine Krippe gehabt? Ah, du Arme. Ja, darum bist du so dürr. Hast du nichts zum Essen gekriegt oder wie? Nein, ich bin Herr Krippe. Ah, das habe ich schon verstanden. Du hast eine Krippe. Aber, ha, weißt du, jetzt musst du feste essen. Und dann nimmst du auch wieder zu. Und dann wirst du wieder gesund, gell? Nein, nein, ich bin Herr Krippe. Ja, das habe ich doch verstanden mit der Krippe. Die Oma Grete merkt es einfach nicht. Es ist zu lustig. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Oh, jetzt bist du nahe gefallen. Ja, was ist jetzt los? Ach, Oma Grete. Wir wollten dich doch erschrecken. Was? Mich verschrecken? Oh, mei. Da braucht es aber mehr dazu, bis ich verschrecken, weißt du. Ich bin eine alte Frau. Mich verschrecken so schnell nichts mehr. Ich habe alles auf dem Kasten. Yeah. Auf welchem Kasten hast du was? Auf meiner Kamera. Ah, was? Hast du jetzt das alles gefilmt? Ja. Na, mein Dobi. Ich habe gespannt den Film, den will ich sehen. Den habe ich schon längst auf YouTube. Oh, oh, oh. Oh, oh.